Die Eigenschaft gelassen Wer ist da? Kurierdienst Und besonnen zu sein Fuck! Marge, wir spielen ein Spiel Sie haben sich im Haus vertan Das heißt, halt die Klappe, außer du bist ich Ich liebe dieses Spiel Du bist Privatdetektiv Da sind 20 Dollar drin, ja, die gehören Ihnen Nein, nein, deswegen bin ich nicht hier, ich hab ne Nachricht Gib mir deinen linken Arm Nein! Doch, komm schon Nein! Wenn du zum Arzt gehst Nein! Sag ihm, du hast ne Spiralfraktur Nein! Tieflufthof Nein! Ich steh nicht im Telefonbuch Wenn Sie Probleme mit jemandem haben Können Sie nach mir fragen Jackson Healy Ich arbeite für das Justizministerium Meine Tochter Amelia ist in Gefahr Bitte, finden Sie sie, beschützen Sie sie Marge, Jack Healy, nicht aufregen Ich will dir nicht wehtun Ich will dich nur was fragen Nein Wie blöd halten Sie mich? Ich bin berechtigt, ne Waffe zu tragen, Arschloch Und seit Ihrem letzten Besuch bleibt dieses kleine Baby genau hier Keine Bewegung Ein paar Leute, denen ich vertraue, sagen, du kannst das ganz gut Ich will, dass du Amelia findest Ich hätte gedacht, Ihr Job wäre erledigt, als Sie mir den Arm gebrochen haben Sie sind der, der meinen Dad verhauen hat Hey Geohrfeigt hat Ein großer Unterschied Hast du sie hier gesehen? Sie hat dunkles Haar Ihr Name ist Amelia Was hätte ich davon? Er hört damit auf Womit? Dad, hier gibt's Huren und so'n Scheiß Schatz, wie oft hab ich dir gesagt, du sollst nicht und so'n Scheiß sagen Sag einfach, Dad, hier gibt's Huren Die Mafia versucht ihre Geschäfte nach Los Angeles auszuweiten Irgendwie ist Amelia darin verwickelt Eins ist klar Irgendwas lag hier schief Es wird ja immer noch besser und besser Du bist der schlechteste Detektiv der Welt Der allerschlechteste Waffe, Waffe, Waffe Emilia, lauf! Ich liebe noch! Du bist einfach positiv Es wurde keiner verletzt Manche schon Ich will sagen, sie sind so schnell gestorben, dass sie nie richtig verletzt wurden Come on! Ich will ein自己 verletzt Das war'sивается Ich will sagen, sie fangen dir my